Die stellvertretende Ministerin für Arbeit und soziale Sicherheit im griechischen Parlament, in der griechischen Regierung. Wir sind sehr, sehr froh und wir sehen, dass die griechische Regierung nicht nur verhandelt bei den Parlamenten, sondern auch in den Bewegungen dabei ist. Danke, Ferdinand! 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 Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Danke, Ferdinand! Vielen Dank! Vielen Dank! Danke, Ferdinand! Danke! 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 der über das Kapital, über die Erträge sein soll für ein Europa der Völker und nicht der Banker und der Reifen der Rücken. Wenn wir in der Bagee des Raizismus werden, wir werden nicht in die Falle des Raizismus reinfallen. Wir werden alle Vereinigten Zeit, Fremden und Hesigen und Einheimischen, alle Völker Europas. Diesen Tag, der Hellenland hat eine große Herausforderung für die Begründung und für die Anzidenz. Gerade an diesen Tagen die griechische Bevölkerung gibt einen sehr großen Kampf um es zu überleben und um seine Würde zu erhalten. Die politische Zeit läuft aus und eigentlich wirkt es wie eine entschärfte Handgranate und diese Handgranate gefährdet nicht nur Griechland, sondern alle Völker Europas. Die griechische Bevölkerung möchte nicht mehr diese Medizin nehmen. Dieses Medikament schlucken, was von IMF und mit der nationalen Währung vor und von der EU abgebracht wurde nach Griechland. Es wurde uns versprochen, dass dieses Medikament uns retten wird. Das bringt uns um. Es wurde uns versprochen, es wurde uns gesagt, dass diese Therapie unsere Schulden verringern wird. Diese 5 Jahre. Wir hatten am Anfang 120% Staatsschulden gehabt, jetzt haben wir über 180. Es wurde uns versprochen, dass die Wirtschaft gerettet wird. Sie ist geschrumpft um 25%. Die Arbeitslosigkeit von 9% ist jetzt fast auf 30%, 28,9%. Die Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen ist über 50%. Das heißt, jeder zweite Jugendliche hat keinen Job mehr. Die griechischen Renten haben über 40% ihr Kaufkraft verloren. Und jetzt 52% der griechischen Haushalte haben als einzige Ausnahme die Rente der Großeltern. Die Kindergarten Die Arme unter den Kindern ist sehr hochgestiegen. 28,8%. Das heißt, jedes dritte Kind wird nicht regelrecht ernährt, fällt die Ohrmacht in der Schule und im Gittergarten, hat er auch die reguläre Impfung nicht. Die Kindergarten Über 250% der griechischen Haushalte sind in Gefahr, ihre Hauptwohnung zu verlieren, weil sie die Wohnungskredite nicht mehr bedienen können oder weil sie ihre Steuer nicht bezahlen können. 3,5 Milliarden pflichtismus in 11 Milliarden sind über 3,5 Millionen Griechen insgesamt sind wir 11 Millionen unter der Armutsgrenze. Das ist das Bild, das ist das heutige Bild der humanitären Krise in Griechenland. Und wie wir alle wissen, solche humanitären Krisen haben wir nach sehr großen καταστrofen wie Tsunami, Erdbeben oder wie Kriege. Die Schweiz hat keine Sismen oder Kriegen über ein Wirtschaftsland über eine Wirtschaftsland und eine Wirtschaftsland über eine Wirtschaftsland und die Wirtschaftsland und die Wirtschaftsland und die Wirtschaftsland haben wir in Griechenland hatten wir weder Erdbeben noch Tsunami. Wir haben aber einen sehr starken ökonomischen Krieg erlebt in diesen Jahren. Ein Krieg, der von allen Eliten der Welt gegen uns ausgeübt wird und die griechische Bevölkerung niederzubekommen um ein Beispiel zu machen, damit alle anderen Bevölkerungen der Welt auch die Angst bekommen. die griechische Bevölkerung wird sich nicht niederkriegen lassen. Sie wird keine Memoranten mehr unterschreiben. Das ist für uns aus. Wir haben schon ein Ende damit. Wir sind schon bereit, noch einmal ein großes Nein zu sagen. was hätte es für einen Sinn, wenn die griechische Bevölkerung total erniedrigt wird und untergekommen wird, wenn wir bei Europa bleiben oder nicht. Wenn ein ländisches Land erzeugt wird, wird die Sera der anderen Land der Europäische. Und wenn die griechische Bevölkerung erniedrigt werden, dann seid ihr dann daran. Dann sind die anderen Bevölkerungen Europas daran. Wir verladen vier Sachen von unseren Partnern, von unseren Gläubigern. Das erste, niedrige Primärer Überstoße, weil in dieser Situation, in dieser wirtschaftlichen Situation, können wir keine Primärer Überstoße erzielen. Auch die Allinnehmäuße, Mischung und Sintakseon, wir können nicht den Arbeitskommensäuern, die uns haben gefordert. Jeder kann sich nicht aufzuliehen, welche Zeit erzeugt. Keine Kürzungen mehr, keine Kürzungen mehr bei Lohn und Renten. Wir akzeptieren das neue Mittelalter in den Arbeitsverhältnissen nicht, so dass jeder Arbeitgeber alles machen kann. Wir brauchen keine neuen Kürze. Wir brauchen keine neue Geld. Wir können keine neue Kredite aufnehmen. Keiner ist aus den Schulden rausgekommen mit neuen Krediten. Wir möchten jetzt, jetzt, wirklich jetzt, eine Regelung, eine Lösung für die griechische Staatsschuld zu finden. Diese Staatsschulden sind nicht zu bezahlen. Kein Volk, kein Land in der Menschengeschichte hat es geschafft, eine Staatsschulden zu bezahlen, die zweimal das Bruttoinlandsprodukt ausmacht. Die Schulden sind nicht tragfähig. Das müsst ihr wissen, das weiß aber auch jeder. Es wird nur als Instrument, als ein Erpressungsinstrument, verwendet, um die Arbeiterklasse niederzukriegen. Über fünf Jahre lang hat die griechische Bevölkerung starken Widerstand geleistet. Wir hatten über 35 Generalstrikes, sehr große und massive Demonstrationen, große Versammlungen auf den Hauptplätzen und sehr große Diskussionen da. Und am 25 Januar haben die Griechen entschieden, für das erste Mal in Europa die Mehrheit einer linksradikalen Partei zu gehen. Sie möchten den Syriza, Sie möchten die Syriza Partei unter Krien. Sie möchten es verhindern, dass dieser sehr gefährliche Virus, der linksradikal, auch in ganz Europa ausbreiten zu können. Aber wir werden es nicht zulasten. Und wir werden es nicht zulasten. Und wir werden es nicht zulasten. Und wir werden es nicht zulasten. Die Solidarität in ganz Europa ist eigentlich unsere ganz starke Kraft. Ist die stärkste Kraft, die auch Premier Minister Tsipras bei den Verhandlungen auflegt. Wir müssen aber auch wissen, dass in diesen fünf Jahren die griechische Bevölkerung ohne Unterstützung und allein hat große Solidaritätsnetze zur Welt geschaffen in Griechenland, um sich selber zu helfen. Über 40 Sozialkliniken und Apotheken. Mit tausende Ärzte und sonstiges Personal auf ehrenamtlicher Basis dort arbeiten und sowohl die griechischen Bürger, die nicht versichert sind, aber auch die Ausländer unterstützt. Ohne Geld. Mit der Unterstützung der Allianz-Kinematen der Europäischen Union. Von der Germanien, von der Gallien, von der Austriere, von der Hispania. Sie stellen Pharma und Mechanismen. Und also ohne jegliche Unterstützung in Griechenland und ohne Geld, aber mit einer sehr großen Unterstützung der Solidaritätsbewegung in ganz Europa, von Deutschland, von Österreich, von Spanien. Die Solidaritätsnetze und die Solidaritätsbewegung sammeln Gelder, sammeln Medikamente, Instrumente und schicken sie nach Griechenland zu diesen Sozialkliniken, damit sie ihre Arbeit machen können. Die Solidaritätsbewegung. Von der crítischen Regierung. juste die Möglichkeit zu haben, dass die Produzenten direkt zu der Bevölkerung ihr Waren verkaufen können. Auch Schulen wurden errichtet, Solidaritätsschulen und Solidaritätsnachhilfestunden, damit die Schüler geholfen werden, vor allem die Schüler, die die Schule verlassen. Und eine neue ökonomische Sparte ist entstanden worden. Die Sozialwirtschaft, die Sozialökonomie, die den Raum zwischen der öffentlichen und der privaten Ökonomie eingenommen hat. So ist ein sehr großer, neuer öffentlicher Raum geschaffen. Und mit mehr Demokratie, mit sozialer Gerechtigkeit, wo das alles von unten organisiert wird. Und wir, als die Regierung, empfiehlt das, was wir gemacht haben. Und wir versuchen es zu weiterzumachen. Wir, die griechische Regierung, werden von dieser Solidaritätsbewegung, von der griechischen Bevölkerung ermutig. Und deswegen machen wir auch Solidaritätsmaßnahmen. Das erste Gesetz, was wir verabschiedet haben, ist das Gesetz zur Bekämpfung der humanitären Krise, das für hunderttausende von Haushalten Lebensmittel verschafft und auch Energie, Strom. Wir unterstützen auch finanziell alle Obdachlosen, um eine Wohnung zu bekommen. Und damit wir dieses Phänomen der Menschen, die auf der Straße schlafen, nicht mehr haben. Wir haben eine Bankkarte errichtet für über 300.000 Griechen, die in extreme Armut, leben, damit sie die Möglichkeit haben, Monat für Monat Lebensmittel einzukaufen. Wir haben auch eine elektronische Karte für alle arbeitslosen Griechen, aber auch für alle Flüchtlinge. Diese Karte ermöglicht ihnen den Zugang zu den öffentlichen Krankenhäusern, zum öffentlichen Gesundheitssystem, so dass jeder gedeckt ist und so dass das Phänomen, dass die schwangeren Frauen nicht ihre Kinder aus der Klinik stehlen, quasi weil sie nicht das Geld haben, die Klinik zu bezahlen. Als ich in diesen Tagen hier spazieren gegangen bin in Berlin, habe ich mich an die Zeit ja geteilt der Stadt erinnert. Auf die 6-Points mich erinnert. Diese Teilung auf den Körper dieser Stadt. Heute werden wir alle zusammen, alle gemeinsam hier demonstrieren, ohne diese 6-Points, ohne dass uns der Weg gestrichen wird. Ich werde sehr ermutigt von einer Präsenz hier, dass wir hier so viele sind. Genossinnen und Genossen bei der Solidarität und im Kampf. Bitte, erlaubt es nicht noch einmal, dass im Körper Europas eine Mauer errichtet wird. Bitte, verhindert es, erlaubt nicht, eine Mauer an der Grenze Europas wieder zu errichten. Alle zusammen, vereinen, wir können. Wir können, wir können, wir können, dass wir den Kapitalismus und den Eλευθεrisen können. Tak!? woohoo ... Untertitelung des ZDF, 2020